Wir haben, wo ich jung war, die Kinderlähmung gehabt als ganz, ganz schwierige Geschichte und nicht nur bei uns im Land, sondern überall. Da gab es einen Impfzwang, natürlich. Und als ich ein kleines Kind war, wurden alle kleinen Kinder gegen Difterie, Scharlach und derlei Dinge geimpft. Impfzwang. Und ich bin durchaus der Meinung, ich habe das vor kurzem auch in der Vorhinein am Kommentar geschrieben, ich bin der Meinung, dass man Impfzwang einführen sollte. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir sonst diese Pandemie nie in den Griff bekommen. Nie. Das geht gar nicht. Wir sind jetzt bei 65 Prozent Impfung. Soll man ja auf die 70 kommen. Aber unter welchen Anstrengungen das ist. Das funktioniert nicht. Der Mensch funktioniert offenbar nur so, wie man sagt, das hast du zu tun und fertig. Das ist das. Das ist das. Das ist das.